Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Vitality 2 Deadfire. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession am Ende eine Nebenquest noch angenommen. Genau, für eine Degnos Tasche. Die werden wir jetzt schnell holen, hier im Badehaus. Und dann können wir uns weiter hier umsehen, bei den Gewändern. Mit der Wasserformer-Gilde. Und dann haben wir noch Akemias Anwesen. Wobei ich mich frage, ob wir da überhaupt rein dürfen oder ob Akemias Erzmagier Golems uns da gleich fressen werden. Größte und wahnsinnige Erzmagier sind ja in allen Spielen recht bekannt und naja. So, dann gucken wir mal, wo er seine Tasche vergessen hat. Oh, hier ist übrigens ein Aquarium, was wir so nicht angeguckt haben. Seltene und gute Fische schwimmen in diesem mit Wasser gefüllten Becken von einer Seite zur anderen. Seht ihr das? Das ist wie ein kleiner Ozean. Wir brauchen so etwas auf unserem Schiff. Mal gucken, ob die Tasche oben rumliegt. Wenn nicht, müssen wir mal nachfragen. Ja, hier ist die Tasche. Ich bin aber zu neugierig, mal einen Blick rein zu werfen. Deswegen machen wir mal schnell speichern. Eine abgetragte und bemerkenswert leichte Tasche. Sie kann nicht viele Teile öffnen. Verdächtiger Brief. A-Veta-Siegel. Ein Dolch. Und der Rau-Tai-Hoot ist auch neu, oder? Deknos. Es ist alles arrangiert. Solange deine Kapitänin bei ihrer Route bleibt, werden sich unsere Schiffe in drei Tagen auf Vorhersee begegnen. Vergiss nicht, euer Pulver zu nass zu machen vor unserem Treffen. Für jede Kanone, Kugel, die unseren Rumpf trifft, reißen wir dir einen Arm oder ein Bein aus. Verstanden? Und denk daran, ein rotes Kopftuch zu tragen, damit wir dich nicht versehentlich abmuchsen. Wenn alles nach Pan verläuft, bekommst du einen Platz auf unserem Schiff und einen fernanteil an der Beute wie versprochen. Einen Teil vor. Wir haben also... ...einen Komplott aufgedeckt. Mhm. Ich habe Deknos Tasche im leuchtenden Badehaus gefunden. Er bat mich, sie nicht zu öffnen. Während ich seine Tasche suchte, lief Deknos zum Ackerplatz der Könige zurück, um seinen Kapitän, Avetta, Bericht zu erstatten. Er erwähnte, dass er am Bettlerkanal sein würde und bat mich, ihm die Tasche dorthin zu bringen. Ich habe Deknos Tasche geöffnet und fand ein aufwendig geschnitztes Siegel, einen abgewetzten Brief und eine Handvoll anderer seltsame Dinge. Der Brief in Deknos Tasche beschrieb einen Plan, wonach Deknos Avetas Schiff sabotieren sollte, um sich dann der Mannschaft des Prinzipie-Captains teilvor anzuschließen. Ja, habe ich mich da irgendwo unbeliebt gemacht dadurch? Nicht wirklich. Bin mal gespannt, wie viele Untergruppierungen wir noch finden werden. Wir haben uns dadurch auch nicht als heimtückisch, zwielichtig oder so herauskristallisiert. Gut. Hier ist noch alles beim Alten. Gucken wir uns mal die Schnitzerei an. Ein kaufsvergabertes Siegel, die gewöhne ich dazu, die Echtheit eines Dokuments zu beweisen oder die Identität seines Verfassers zu bestätigen. Aha, Wetters Siegel. Das ist ein Dolch, der auch mit drin war, nehme ich mal an. Also ja, Quest-Gegenstände ist der Brief, oder? Verdächtiger-Brief, ja. Zimmerschlüssel, Krakenauge. Da hat jeder seine eigene Art von Haltung. Alof, ja. Gut. Eigentlich sollten wir das Avetta mal stecken, wenn wir sie finden. Dass ihr kleiner Bubi da sie übers Kiel laufen lassen will. Müssen wir nur noch gucken, wo wir Avetta finden. Ne, der Kataka-Wache, ein valianischer Händler. Tränke und Elixiere im dunklen Schrank. Das ist wieder einer der Imps, der Werbung macht. Bürger, Bürger, Hund. Rasper, habe ich jetzt eingesackt. Was machst denn du, Rasper? Während Rasper dir folgt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe gegen dich zu leichten Treffern werden und deine Gruppenmitglieder heilen, effizienter Metall zaubern und tränken. 5% erledene Treffer in leichte Treffern umgewandelt. Das ist nicht schlecht. Und Heilung 5% Das Problem ist, die Entschlossenheit ist mir gerade lieber. Denn dadurch habe ich bessere Gesprächsoptionen. So, das hier ist der Stoffhändler. Sowohl Muster der Region als auch aus fremden Ländern spüren, diese ballenfeinen Tuches. Was hast du denn Schönes? Wenn du auf der Suche nach bequemen Gewändern bist, helfe ich dir gerne. Der Zwerg nimmt kurz und professionell. Du bist Schneider? Ich nähe hier und da etwas zusammen, da fehlten er. Oder flicke geschotene Ausrüstung. Ja, sein Gesichtshastung verfinstert sich. Dachtest du wohl ich wäre ein Schmied, was? Hast du angenommen, meine Statur eignet sich besser für Hammer und Amboss als für Nahl und Faden, hm? Vergib mir, ich wollte dich nicht beleidigen. Na, ist doch so, oder? Ihn am Kragen packen, nichts sagen. Na, ist doch so, oder? Siehst du die hier? Glatt wie ein paar ungezüchtigte Pobacken. Sieh dir einmal genau an, bevor du ihn einschätzt. Den vorallem präsentiert dir seine großen, glatten Hände. Wenn du auf der Suche nach Rüstung bist, dann kann Marie hier dir weiterhelfen. Sie hat ein gutes Händchen für Metalle. Er dreht bei der Tür hinaus und dreht seinen Kopf in Richtung Osten. Zeig mir erst mal, was du zu verkaufen hast. Mantel der sieben Bolzen plus zwei Schockrüstung. Gewährt Sturm der sieben Blitze. Hm? Vorallem hat sieben mächtige Lichtbögen auf, die fünf Wänden abhaben und jedem, den sie treffen, Schaden zufügen. Autsch. Einbrecherhandschuhe, Gewandtheitmechanik. Achso, und Athletik. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht. Die drei zusammengenähte Trolle. Fünf Gesundheit pro zwölf Sekunden. Minus zwei Brandrüstungswert. Minus zwei Zersetzungsrüstungswert. Ah, das ist dann wiederum blöd. Hervorragende Robe, gute Robe und Gürtel. Plus eins Athletik, zehn Chancen beim Allein des kritischen Treffers im Nachkampf ein unterbrechenden Wuchtschaden für den Angriff zu wirken. Plus eins Wuchtrüstungswert. Okay, den Händler notieren wir uns, allein schon wegen den Handschuhen. Äh, Notizen. Händler. Nekataka. Aussichtspunkt. Schrägstrich, ähm, Schneider. Handschuhe. Plus Umhang. Wobei ich den Umhang in Klammern setze, so süchtig ist der nicht, aber die Handschuhe sind nice, mit der Mechanik vor allem. Dass die Leute eigentlich nie was dagegen haben, wenn wir in ihrer Hinterzimmer rumgucken, aber solange wir nix stehen, wird's denen egal sein. Wir haben übrigens wirklich interessante Häuser, vorne ein kleines Geschäft und hinten den Privatbereich. Viele andere würden ja nicht dort wohnen, wo sie arbeiten. So, als nächstes gucken wir mal. Alle Kapitäne sind gewahrt, dem Adrakolos auszuweichen, aha. Nethe und Tamura, die streiten sich? Ich gebe keine zwei Piras auf deinen Stammes stolz und ich wende, dass Akamir es sogar noch egaler ist. Dass er Akamir sogar noch egaler ist. Die Armatung beint die Hände an ihre Hüften zu Fäusten, ihre ernsten Gesichtszüge werden zu einer unerschütterlichen Maske. Wenn das das raotaiische Verständnis von Diplomatie ist, hat euer Hasanui größere Probleme. Die ruhigere und gefasste Hwada lächelt und dreht sich zu dir um, als sie dich bemerkt. Wenn du gekommen bist und Akamir zu sehen bist du zu spät dran, er hat das Anwesen für Zauberergeschäfte verlassen. Was läuft da zwischen euch zwei? Was wolltest du von Akamir? Hast du Zauberergeschäfte gesagt? Akamir könnte auch Koiki Wein mit toten Königinnen trinken. Akamir könnte auch Koiki Wein mit toten Königinnen trinken. Solange er nicht gefunden werden will, fehlt bei ihnen auch nicht. Ja, Akamir ist toll, verstehe. Und was läuft da zwischen euch zwei? Tomara und ich wollten etwas von Akamir. Unsere Macht von Persuasion haben viel zu bemerkt. Tomara und ich wollten etwas von Akamir. Mit unserem Verhandlungsgeschick ist es leider nicht weit her. Der Zauberer hat eine Hwada-Tafel in die Finger bekommen. Das Harapo-Epos. Ich bin gekommen, um sie für Rawatai zurückzuholen. In der Mitte meiner Negotiations hat diese kleine Pest mit einer Klappe aufgetaucht. In der Mitte meiner Verhandlung ist diese kleine Nervensegel aufgetaucht und wollte die Tafel für sich beanspruchen. Sie deutet auf Netehe. Das Harapo-Epos gehört den Hwada. Die Königin hat mich geschüttet, euch beide daran zu erinnern. Ja, wer ist Akamir? Eine intakte Premiere-Quest für die Hwada, ein seltenes Fundstück. Was ist also euer Plan? Ich hoffe, ihr beide findet eine einvernehmliche Lösung. Wer genau ist Akamir? Ein Zauberer. Dazu noch ein verdammt guter. Spezialisiert auf Flüche und Illusionen. Er und seine Schülerin führen den dunklen Schrank, unseren örtlichen Magienladen. Wie ist Akamir dem Besitz dieser Tafel gelangt? Ich glaube, dass er mit schwarzen Marktes Schraubhörern beschäftigt hat. Nicht, dass die Königin ihn verwendet wird. Ich glaube, dass er auf dem Schwarzmarkt Geschäfte mit Schatzjägern gemacht hat. Nicht, dass die Königin ihn dafür anklagen würde. Sie ist viel zu beschäftigt, mit den Kriegstreibern vor ihrer Haustür zu verhandeln. Also mit den Kriegstreibern vor ihrer Haustür. Gut, zurück zu meinen Fragen. Beton schaut die zwei einander böse an und atmen hörbar durch die Nase aus. Ja, warum verhandelt ihr nicht mit jemandem statt hier zu stehen und zu streiten? Akamir left die Stadt. Likely für die peace and quiet we didn't grant him.